hallo meine lieben ja ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag seid herzlich willkommen auf meinem kanal und ich möchte heute gerne mit euch mein bild fertig machen das aus diamond painting das liegt jetzt schon seit letztem jahr und ich bin leider noch nicht dazu gekommen weil es mir nicht so gut ging aber jetzt habe ich mal so paar minuten wo ich denke ich könnte was machen da versuche ich das mal das gut erkennen das mache ich jetzt mal weg und ich habe auch lauter und steinchen und ich bin also sehr zufrieden damit das ist mir ist Vielen Dank. 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 Vielen Dank.